So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zum wunderschönen The Great Wall von Awakened Realms. In diesem Spiel bedrohen Gegner das Chinesische Reich. Wir schlüpfen in die Rolle von Generälen und müssen das Reich gegen diese Horden verteidigen. Dazu können wir im Spielverlauf hier Mauerabschnitte bauen, können diese Mauer auch noch höher bauen, dann wird der Widerstandswert erhöht. Aber es kann sein, dass irgendwo richtig viele von diesen Horden ankommen. Am Anfang liegt hier nur eine in jeder Spalte, später können da aber bis zu drei liegen und dann sind die vielleicht sogar stärker als die Mauer und könnten da durchbrechen. Da müssen wir eben auch noch irgendwelche Einheiten dahin bauen, mit denen wir dann die Horde bekämpfen können. Und um das tun zu können, müssen wir halt Ressourcen generieren, wir müssen uns Taktikkarten holen, wir müssen hier in der Mauer bauen, wir müssen hier Einheiten bauen, wir müssen die Spezialfähigkeiten unseres Beraters nutzen und dann bekommen wir nach und nach immer mehr Ehre. Und wer am Ende des Spiels am meisten Ehre gesammelt hat, der ist der Gewinner des Spiels. Am Anfang des Spiels bekommt jeder Spieler zufällig zwei von diesen Generälen. Die haben halt immer unterschiedliche Startressourcen, die hier unten angegeben sind. Die haben ein anderes Bild und die Illustrationen in diesem Spiel sind wirklich echt hübsch. Aber was das Wichtigste ist, die haben alle eine komplett einzigartige Fähigkeit, die euer Spiel immer ändern wird, weil ihr versuchen werdet, auf diese Spezialfähigkeit hinzuspielen, um da halt wirklich richtig viele Siegpunkte rauszuholen. Und von diesen Generälen bekommt ihr einfach zwei Stück zur Auswahl. Die anderen Spieler bekommen von den restlichen jeweils zwei. Plus es gibt hier noch so 44 Berater, die auch wieder einzigartige Fähigkeiten haben, die in der Regel alle super toll sind und die wir auch alle benutzen wollen, die Fähigkeiten. Aber auch davon bekommen wir erstmal am Spielbeginn nur zwei Stück. Und da müssen wir halt gucken, haben wir hier vielleicht irgendwie jetzt schon eine tolle Synergie aus Spezialfähigkeit von einem so einem General und hier so einem Berater. Was wollen wir dann in dieser Partie damit anfangen? Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich würde vielleicht gerne Zhang Xie spielen, zusammen mit dem kaiserlichen Richter. Wenn ich mich für diese Kombination entscheiden würde, würde ich jetzt den anderen General komplett aus dem Spiel nehmen und den Berater, den ich nicht gewählt habe, ich würde das dann hier so in meine Auslage tun, den würde ich hier nebenlegen und der andere Berater kommt hier unten drunter, der generiert jetzt einen so einen Schriftrollenpunkt, denn dieser General gibt mir jetzt immer eine Taktikkarte im Schrittaufsehereinkommen, das würden die anderen Mitspielende nicht automatisch bekommen. Und immer, wenn ich eine Taktikkarte aufspiele, bekomme ich für jede Schriftrolle, die ich unter dieser Karte habe, zwei Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Karte bekomme und ich kann die irgendwie später im Kampf spielen, bekomme ich einfach zwei Punkte. Ich kann im Spielverlauf aber weitere von diesen Beratern anwerben, die liegen hier unten unter dem Spielfeld und da muss ich mich immer entscheiden, will ich die vielleicht super starke Spezialfähigkeit nutzen oder möchte ich das hier lieber pimpen, um jetzt für jede Karte schon zwei Punkte zu bekommen oder sechs Punkte zu bekommen oder acht Punkte für jede Karte die Spiele zu bekommen. Und das ist schon auf jeden Fall eine interessante, spannende Fähigkeit und sowas haben die hier alle, hier auch immer. Pro zwei Schriftrollen bekommst du zwei Punkte, immer wenn du irgendwas aufwertest. Oder hier beim Aufsehereinkommen bekommst du pro Bogenschützen in jedem Mauerabschnitt, wenn du die hast, irgendwie zwei Punkte pro Schriftrolle darunter. Also da kann man versuchen, sich super coole Engines aufzubauen und es ist natürlich toll, wenn man dann auch gleich hier so einen Berater bekommt, der das irgendwie auch unterstützt, den man gut damit nutzen kann. Es kann aber auch sein, dass ihr Partien habt, wo ihr hier irgendwie zwei Berater bekommt, wo ihr euch sagt, okay, ja, damit kann ich jetzt irgendwie wenig anfangen, aber ich muss mal gucken, wie ich damit spiele, um das gut nutzen zu können. Das ist schon eine echte Challenge, da muss man sich manchmal auch richtig hart reindecken. Vor allen Dingen muss man auch mal gucken, was haben die Mitspielenden für Kombinationen, weil da kann es manchmal sein, dass ihr vielleicht eine Kombination habt, wo ihr das schon ein bisschen vorbereiten müsst. Hier müsst ihr Karten bekommen, ihr müsst Einheiten produzieren, die müssen dann in Situationen kommen, wo ihr die Karten auch spielen und benutzen könnt. Während wer anders einfach nur eine Karte hat, wo drauf steht, immer wenn du zwei Arbeiter auf einem Einsatzfeld hast und das aktiviert wird, bekommst du so viele Punkte, wie hier Ressourcen drunter liegen. Da muss man sich dann schon hart überlegen, wie man es schafft, den einzubremsen, dass er nicht ständig diese Punkte bekommt. Das ist so mit der reizvollste Aspekt am ganzen Spiel, aber es kommt noch viel mehr. Es gibt leider keine wirklich gute Rundenübersicht, aber ich habe mir hier einen ausgedruckt. Man spielt vier Phasen immer und das Ganze macht man über sechs Runden. Falls das Spiel nicht schon vorher zu Ende ist. Und Frühling und Sommer überspringt man am Anfang. Das heißt, das gucken wir uns auch gleich erst an. Das heißt, wir fangen mit Befehle auswählen an. Jeder Spieler hat hier so ein Set aus sechs Karten. Und davon kann man sich jetzt einen Befehl aussuchen. Zum Beispiel Wirtschaft, Arbeitet Hertha. Die haben immer so ein bisschen Xingxianxion mäßig was drin. Ich kann die spielen, ich kann immer den Effekt nutzen, in der Regel Arbeiter einsetzen und noch irgendwie irgendwas extra machen. Und wenn Mitspieler eine bestimmte andere Karte gespielt haben, dann kann ich in der Regel noch irgendwie ein, zwei Arbeiter mehr einsetzen oder irgendwas anderes dementsprechend triggern. Und da muss ich halt mir überlegen, okay, was denke ich spielen, wo die anderen? Und dann dementsprechend meine Karte auswählen. Wobei ich natürlich auch ein bisschen nachgucken muss, was ich gerne machen möchte. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich würde gerne in der ersten Runde diese Wirtschaftskarte spielen und dann würden die anderen Mitspieler halt überlegen, was sie spielen möchten. Jeder spielt dann hier, verdeckt eine Karte hin. Und nachdem wir das gemacht haben, decken wir alle gleichzeitig die Karten auf. Wir haben jetzt also Disputismus, Verrat und Wirtschaft. Verrat klingt schlimmer als es ist. Das heißt, der Spieler darf sich einfach eine andere Karte kopieren. Also ganz harmlos. Wenn alle drei Verrat gespielt haben, dann darf ich hier einfach nur zwei Arbeiter setzen. Das ist nicht ganz so toll. Und jetzt guckt man hier, das ist die T-Reihenfolge. Je nachdem, welchen Wert wir hier am Anfang auf unseren Generälen haben, ist man halt weiter oben oder weiter unten. In der Reihenfolge. Momentan wäre der rote Spieler ganz oben. Das heißt, das ist dann der Schlangenclan. Und der darf sich jetzt aussuchen, ob er als erster, zweiter oder dritter in dieser Runde dran sein möchte. Sprich, möchte ich gleich am Anfang dran sein, mir irgendwelche tollen Sachen kaufen, die es eine Auslage gibt. Oder möchte ich lieber letzter sein, um noch irgendwie steuern zu können, worauf ich irgendwie Schaden mache oder so. Das ist schon eine Entscheidung. Was hier schlau ist, erster, zweiter oder dritter zu sein. Da werdet ihr wahrscheinlich mehrere Partien brauchen, um da irgendwie nur halbwegs einen Plan zu haben. Und selbst dann ist man sich immer noch nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Das heißt, er könnte einfach sagen, okay, ich möchte gerne erster sein. Damit ich ja zweiter in der T-Reihenfolge. Ich könnte dann sagen, okay, ich würde gerne hinten sein, also letzter. Und der grüne Spieler, der Schildkrötenplan, kann sich dann aussuchen, ob er zweiter, zweiter oder zweiter sein möchte. Er würde sich einfach mal hier hinlegen. Normalerweise würde man die Karten hier oben hinlegen, aber das ist kameratechnisch ein bisschen schlecht. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal hier liegen. Und dann würden wir die Karten jetzt in der Reihenfolge abhandeln, um unsere Arbeiter einzusetzen. Despotismus sagt einfach, bewege bis zu vier deiner Schreiber an beliebige Orte. Für jede Wirtschaftskarte, da liegt eine, darfst du bis zu zwei zusätzlich bewegen. Das kann er jetzt nur halb nutzen, weil am Spielbeginn haben wir nur fünf. Vier darf er eh benutzen. Das heißt, er könnte jetzt noch einen dazu nehmen. Und jetzt kann er sich überlegen, auf welche dieser Spots er hier gerne seine Arbeiter hinsetzen möchte. Er kann das beliebig verteilen. Hier bekommt man Holz, hier bekommt man Stein, hier bekommt man Gold, hier bekommt man Ski. Das sind so die grundsätzlichen Ressourcen, die wir brauchen, um Einheiten zu bauen, um einen Mauerabschnitt zu bauen. Und die Abschnitte müssen aber immer voll sein. Nur wenn auf jedem Feld ein Arbeiter steht, wird der Abschnitt auch aktiviert. Das heißt, er könnte jetzt sagen, okay, er will irgendwie vielleicht gleich mal irgendwie hier drei Leute reinstellen. Das ist natürlich super verlockend für die anderen, das jetzt voll zu machen. Er könnte auch sicherheitshalber noch einen vierten hier hinstellen. Er kann auch alle fünf hier hinstellen und das Feld komplett alleine voll machen. Dann würde er jetzt fünf Gold bekommen. Das wäre natürlich super gut, gerade wenn er Gold für irgendwas braucht. Aber das Problem ist eben, immer wenn da so ein Marker vor ist, dann bekommt man hier so ein Schandeltoken. Und das sind einfach mal fünf fette Minuspunkte. Die möchte man in der Regel vermeiden, weil die bringen nicht nur Minuspunkte. Ich muss da auch einen meiner Soldaten draufstellen, den ich dann nicht zur Verfügung habe, solange ich diesen He-Marker habe. Und wenn man da zu viele von bekommt, was durchaus passieren kann, dann ist das auf gar keinen Fall gut. Deswegen könnte er das jetzt entweder so machen. Das ist halt ein Angebot, wo die anderen Spieler auf jeden Fall drauf eingehen werden. Und dann kann er überlegen, was er noch macht. Er kann sich auch mit den anderen absprechen. Was wollt ihr denn? Wollt ihr irgendwie Stein, Holz? Wollt ihr Ski haben? Wollen wir uns irgendwie Karten holen? Wollen wir vielleicht gleich schon bauen? Und dann könnte er sagen, okay, er stellt vielleicht noch einen hier hin, in der Hoffnung, dass die anderen das auch voll machen. Und jetzt dürfen die anderen Mitspieler in T-Reihenfolge auch jeweils zwei Arbeiter stellen. Und zwar auf verschiedene Felder. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich gehe hier drauf, mache das Feld voll. Ich könnte auch sagen, ich mache das nicht. Dann lasse ich ihn halt hängen, weil die Arbeiter, die machen erstmal nichts, solange sie da stehen. Er kann ihn auch wieder umsetzen. Aber das war dann quasi Verschwendung. Aber da ich natürlich weiß, dass der grüne Spieler wahrscheinlich dann da auch hingehen wird, sage ich einfach mal, okay, ich mache das Ganze hier voll. Ist hier zwar doof, er bekommt vier Ressourcen, ich nur eine. Aber wenn man hier steht und hier Ressourcen bekommt, kann man hier Aufseher hinstellen, die automatisch Einkommen in die Runde generieren. Und dann könnte ich sagen, okay, ich mache hier mal mit. Ich stelle meinen Arbeiter auch noch hier hin. Ich darf hier nur zwei setzen. Und der grüne Spieler darf jetzt auch zwei Arbeiter einsetzen. Hier kann er nicht mitmachen. Hier sagt er, ach, weißt du was? Ja, ich würde hier auch schon gerne mitmachen. Hier auch meinen Aufseher einsetzen. Dafür sind die Felder hier unten. Und letzter Sein ist doof. Ich bereite das hier mal vor. Auf diesem Feld kann man die T-Reihenfolge ändern. Dann darf man einfach eins nach oben gehen. Und wenn er da zwei hinlegt und das alleine voll macht, darf er gleich bei egal wie vielen Mitspielern ganz nach oben gehen. Das ist natürlich auch sehr verlockend. So, jetzt werden die Felder voll. Das heißt, der rote Spieler ist ja der aktive Spieler. Der kann jetzt entscheiden, in welcher Reihenfolge die unterschiedlichen Felder abgehandelt werden. Also könnte er jetzt sagen, hier gerne zuerst auslösen. Das heißt, hier gibt es die Steinressource. Jeder von uns bekommt jetzt einfach einen Stein und tut den Stein in seinen Vorrat. Und wenn gewünscht, könnte jetzt jeder von uns noch zwei Holz ausgeben, was auch jeder von uns ganz brav tut, um hier dann jeweils einen beliebigen unserer Soldaten, er stellt hier jetzt ein Pferd hin, weil er vielleicht eh nicht viele Pferde bauen will. Wir stellen hier einfach ganz normale Soldaten hin, einzusetzen. Und jetzt gibt es einfach immer, wenn dieses Feld wieder aktiviert wird und man hier mindestens einen Arbeiter stehen hat oder in der Phase, wo es Einkommen gibt, würden wir jetzt halt immer einen Stein bekommen. Man kann dann, wenn dieses Feld hier wieder aktiviert wird und man da beteiligt ist, kann man wieder drei Holz ausgeben, um hier vorzugehen. Dann würde man immer zwei Steine bekommen und man könnte später nochmal vier Holz ausgeben, um hier vorzugehen, um dann immer drei Holz zu bekommen. Das kostet Ressourcen, die man da reinsteckt. Da muss man auch immer rechnen, ob man das wirklich will. Man muss vor allem auch überlegen, ob man das wirklich bei allen Feldern machen möchte, weil klar, man bekommt überall Einkommen und in den späteren Runden hat man dann einfach Ressourcen und freut sich, dass man da was kriegt und die anderen bekommen nichts. Aber man muss natürlich erstmal auch viele Ressourcen reinstecken, die man da nicht zur Verfügung hat. Dann wäre das Feld durch, die Arbeiter hier kommen wieder zurück in den Vorrat und dann würde jetzt eben das nächste Feld aktiviert werden und da würde jetzt der rote Spieler, weil er da vier Arbeiter stehen hat auf dem Goldfeld, eben vier Gold bekommen. Ich würde nur ein Gold bekommen und jetzt könnten wir beide eben auch sagen, okay, naja, von uns hier gibt einfach mal zwei Steine aus und tut das wieder zurück in den Vorrat und dann stellen wir hier auch jeweils, naja, hier einen normalen Schwerträger, einen Lanzenträger und einen Bogenschützen hin und bekommen jetzt eben auch ein Gold-Einkommen jede Runde. Aber haben jetzt natürlich auch hier weniger Ressourcen, hier eher ein bisschen, also er hätte richtig von profitiert, aber wäre auch Startspieler. Wir hätten ihn noch in der Luft hängen lassen können und das Feld einfach nicht aktivieren können. Aber die Verlockung, auch hier dieses Einkommen zu bekommen, ist schon immer relativ groß. Dann kommen auch hier die Arbeiter wieder zurück und dann hätten wir hier noch das Teehaus, aber da das nicht voll ist, kann das nicht aktiviert werden. Der Arbeiter bleibt da einfach stehen. Und wie gesagt, der steht da jetzt, solange bis entweder noch ein Arbeiter dazu kommt oder man kann auch jederzeit sagen, man möchte einen Arbeiter da wegnehmen. Das geht nur dann nicht, wenn ein Feld schon komplett voll ist. Dann wird die Despotismus-Karte abgehandelt. Die bleibt dann auch da liegen, wo sie liegt, normalerweise ja da oben. Dann würde jetzt die Verratkarte abgehandelt werden. Da wird jetzt einfach eine andere Karte kopiert. Das heißt, er kann überlegen, ob er Despotismus nutzen möchte und dann in dem Fall halt auch, weil ja eine andere Wirtschaftskarte ausliegt, ob er dann fünf Arbeiter setzen möchte oder ob er die Wirtschaftskarte kopieren möchte. Da dürfte er nur drei Arbeiter setzen, weil keine Arbeiter-Härter-Karte gespielt wurde. Aber er darf eben einen Aufseher kostenlos upgraden. Und dementsprechend sagt er, er kopiert mal meine Wirtschaftskarte. Und da hat er jetzt die Wahl, ob er entweder hier überhaupt erstmal einen hinsetzen möchte und damit zwei Steinressourcen spart oder ob er den hier vorbewegt und damit drei Holzressourcen spart. Und der 13. Euro-Gamer rechnet auch da schnell und sagt, okay, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, das hier zu machen, außer irgendwelche Umstände, generelle Spezialkombinationen oder was auch immer, sorgen dafür, dass es mehr Sinn machen würde, hier einen einzusetzen. Weil hier zahle ich ja zwei Ressourcen, hier drei. Das heißt, hier ist einfach eine Ressource mehr gespart. So und dann darf er jetzt bis zu drei Arbeiter einsetzen. Ich werde jetzt auch nicht optimal spielen, die strategisch besten Entscheidungen treffen. Ich möchte euch einfach nur viele Aktionen zeigen und dass ihr versteht, wie die alle funktionieren. Darum setze ich jetzt einfach mal einen hier hin und dann würde er vielleicht noch einen hier auf dieses Feld setzen, wo wir an der Mauer bauen und dann würde er vielleicht noch einen Arbeiter hier ansetzen, in der Hoffnung, dass es auch wer anders noch macht, weil sonst würde es einen Schande-Marker geben. Hier ist nicht so ein Schande-Marker zu sehen, das heißt, da gibt es dann keinen für, wenn er das hier alleine macht. Genauso wie hier im Teehaus, auch da gibt es keine Schande für. Schande gibt es im Prinzip nur hier beim Bauen und bei diesen ganzen Ressourcen-Aktionsfeldern. Dann wird der rote Spieler dran, bei der er nächst in der Tee-Reihenfolge ist, darf auch wieder zwei Arbeiter einsetzen, auf unterschiedliche Felder. Das heißt, er könnte auch mal das Feld hier unten benutzen, weil hier kann man sich entweder noch mehr Schreiber holen, also noch mehr Arbeiter, die man einsetzen kann, oder noch mehr von diesen Beratern, die hier unten ausliegen, um entweder die Aktion des Generals zu pimpen oder die oftmals sehr coole Spezialfähigkeit dann eben freigeschaltet zu bekommen. Das ist auch mal eine harte Entscheidung, die man treffen muss. Er darf da jetzt nicht nochmal hingehen, also könnte er sagen, weißt du was, ich möchte auch mal eine Einheit bauen, wenn man das gerade mal machen kann, ohne Schande zu bekommen. Und ich könnte sagen, hier, ich möchte auf jeden Fall auch bauen, ich möchte auch hier unten hin und vielleicht nur entweder mehr Arbeiter oder mehr von diesen Beratern zu haben. Und jetzt haben alle ihre Arbeiter eingesetzt, jetzt entscheidet also wieder der aktive Spieler, also der Grüne, welcher Ort zuerst aktiviert wird. Das kann durchaus wirklich mal eine taktische Entscheidung sein. Und wenn ein Ort aktiviert wird, hier machen wir das ja in der Regel alles gleichzeitig, aber hier beim Bauen ist ja schon die Reihenfolge wichtig, dann guckt man auch wieder nach der T-Reihenfolge. Das heißt, selbst wenn jetzt der grüne Spieler diesen Ort hier aktivieren würde und es sein Zug ist, wird der Ort aktiviert, da ich über ihm in der T-Reihenfolge bin, dürfte ich dann zuerst bauen, sprich, wenn hier schon zwei Mauerabschnitte wären, die jeweils fünf Ressourcen kosten und der nächste würde zehn kosten und ich würde dann den hier bauen für fünf Ressourcen und er hätte die gar nicht zur Verfügung, dann könnte er die Aktion selbst gar nicht ausführen, sondern müsste vielleicht nur so eine Palisade bauen oder so. Also das ist schon wichtig. Deswegen sagt er einfach mal hier, das T-Haus, da bin ich ganz alleine, das heißt, ich aktiviere das, bekomme keine Schande und wandere gleich direkt ganz nach oben, bekomme dann die Arbeiter wieder zurück. Das gilt dann auch ab sofort, das heißt, jetzt ist er halt bei jeder Aktion, die aktiviert wird, als erstes dran. Dementsprechend würde er vielleicht mal sagen, komm, hier können wir bauen, entweder eben Palisaden oder Mauerabschnitte und da hat man jetzt auch die Entscheidung, wo man bauen möchte. es kostet immer 5 Ressourcen, die Palisaden hier haben jeweils einen Verteidigungswert von 2, das heißt, hier würde jetzt die Horde durchbrechen, was nicht so gut wäre, dann würde ein Schande-Marker rauskommen und würde Schande auch noch bekommen und nicht so wirklich gut. Hier, nur einen Wert von 2 gegen 6, gar kein Problem. Die halbieren zwar den Wert, aber dann wäre es 3 gegen 2, also kein Problem, wobei da später noch mehr liegen können. und hier hätten wir einen Angriffswert von 7, dafür haben die ja auch viel mehr Lebenspunkte. Also kann er sich jetzt überlegen, wo er gerne hinbauen möchte und er könnte vielleicht mal sagen, momentan würden sie ja hier 6 gegen 8 und hier 6 gegen 7 durchbrechen. Er gibt jetzt einfach mal 5 von seinen Ressourcen aus und baut dann hier den entsprechenden Mauerabschnitt hin. Jetzt haben wir eine Verteidigungsstärke von 8 plus 6, also 14 gegen 8, also gar kein Problem. Jetzt bricht da nichts durch. Der nächste Abschnitt würde dann schon 10 Ressourcen kosten und da das ganze 5 Ressourcen gekostet hat, gibt es jetzt auch 5 Siegpunkte dafür und damit geht er in Führung. Dann wäre der Arbeiter fertig und würde wieder zurück in den Vorrat kommen. Jetzt wäre ich dran. Hier müsste ich jetzt 10 Ressourcen ausgeben, da ich auch gerade beim Gold nicht dabei war, bin ich ein bisschen knapp an Ressourcen. Ich zahle also auch 5 Ressourcen in den Vorrat. Dieses Tray ist übrigens auch direkt dabei, das finde ich sehr schön und dann würde ich mal sagen, hier sind wir gerade safe, hier sind wir mit 2 Gegenstand jetzt 3 auch safe, also baue ich die Mauer mal hier. Jetzt haben wir hier einen Verteidigungswert von 8 plus 6 14 gegen 7. Das klappt also auch hervorragend. Das heißt, in dieser Runde werden die Horden, die uns bedrohen, nicht durchbrechen, was super gut ist, weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass wir keine Schande im Marker bekommen. Dazu später mehr, wie das mit den Schande im Markern funktioniert. Auch ich würde jetzt dann eben hier 5 Punkte bekommen und damit würden wir jetzt 5 zu 5 zu 0 schon mal vor Rot liegen, aber der wird sicher auch noch Punkte bekommen. So und dann haben wir jetzt noch diese beiden Orte, da könnte der grüne Spieler jetzt sagen, okay, macht ihr vielleicht erstmal euren Kram da, das heißt, wir können jetzt überlegen, ob wir entweder uns mehr von diesen Schreibern holen wollen, also mehr Arbeit haben, die wir verteilen wollen, dann kommt auch die Figur hier wieder zurück und jetzt haben wir noch den und den Ort, auch da darf sich jetzt grün wieder aussuchen, welcher Ort zuerst aktiviert wird und er würde mal sagen, komm, wir machen den Ort hier zuerst und hier kann man jetzt einfach Soldaten rekrutieren und zwar immer ein Holz plus 2 Steine für Lanzenträger, 2 Ski für Bogenschützen und 3 Gold für Pferde. Da ist grün jetzt hier auch wieder erster Spieler, weil er ganz oben ist, das heißt, er kann gucken, was er sich überhaupt leisten kann und er könnte jetzt einfach ein Holz und 2 Ski ausgeben, um hier einen Bogenschützen hinzustellen. Hier ist auch nur ein Spot frei für einen Bogenschützen, wenn die Mauer gebaut wird, dann hat man immer mehr Plätze für Bogenschützen, wobei jeder Spieler maximal 4 Stück hat und man setzt ja auch manche als Aufseher ein und dieser Bogenschütze darf jetzt sofort einmal auf die Horde feuern, kann sich also aussuchen, welches Feld er hier gerne abdecken möchte, er könnte zum Beispiel hier einen Schaden drauf machen, normalerweise, wenn wir zum Beispiel hier irgendwie Pferde draufstellen, dann bekommen wir die Belohnung von den Feldern, die wir abdecken, das heißt, hier würde es jetzt 2 Punkte und ein Holz geben, wenn man mit so einem Bogenschützen drauf schießt, dann bekommt man leider keine Belohnung, das gibt einem auch keine Mehrheit, weil am Ende wird geguckt, wer hat hier am meisten eigene Figuren drauf, der würde dann halt die Karte bekommen und damit die 5 Punkte am Ende, plus sogar die Möglichkeit, hier Shame-Marker draufzulegen, damit die keine Minuspunkte mehr zählen, aber dann kriegt auch die Karte keine Pluspunkte, aber so hat er jetzt hier einfach einen Schaden drauf gemacht und hat aber einen Bogenschützen, der ihm trotzdem nachher noch Punkte geben kann. So, er kann nur einmal bauen, weil er hier nur einen Arbeiter hingesetzt hat, das heißt, jetzt ist dann Rot dran und Rot kann jetzt einfach ein Holz und zwei Steine ausgeben, um einen Lanzenträger zu bauen. Diese Lanzenträger darf man dann auch immer hier auf Hordenkarten setzen, aber nur auf Hordenkarten in der ersten Reihe, das heißt, er kann sich jetzt überlegen, ob er entweder zwei Punkte haben möchte oder ob er halt noch irgendwie gerne andere Ressourcen hat. Ihm ist gerade das Holz ausgegangen, was er braucht, um mehr Einheiten zu bauen, das heißt, er würde jetzt vielleicht mal hier drauf gehen, um dann noch dafür ein Holz zu bekommen und jetzt müssen wir hier insgesamt nur noch vier Schaden drauf machen. Die Bogenschützen schießen gleich nochmal und die können auch immer nur in ihren Mauerabschnitt schießen. Die Leute greifen jetzt nicht nochmal an, aber wir haben ja auch gleich noch eine Runde lang Zeit, meine Aktivierung kommt ja noch, wo wir vielleicht versuchen können, hier noch mehr Schaden drauf zu machen und den vielleicht sogar zu besiegen. Wenn wir das aber nicht schaffen würden, wäre das gar nicht so schlimm, weil dadurch, dass der hier mit zwei gegen drei anrennt, bleibt er einfach hier liegen, hier passiert nichts. Es würden allerdings Arbeiter auf der Karte sterben, das gucken wir uns gleich an, der Schaden, den die gemacht haben, bleibt dann. Also das war jetzt quasi die Wir-Rekrutieren-Soldaten-Aktion. Auch da kann nur einer rekrutiert werden, weil nur eine Einheit draufsteht. Da gibt es auch noch Spezialkarten von den Befehlen, wo einer für zwei zählt zum Beispiel. Auch er konnte nur eine Einheit bauen, das werden in vielen Partien hinten raus dann noch mehr. Und jetzt ist das Letzte, was wir aktivieren, dieses Feld. Da ist Grün zwar gar nicht involviert, aber Grün kann nicht sagen, nee, nee, da habe ich ja nichts mit zu tun, das lassen wir mal. Auch das Feld muss aktiviert werden. Er hätte es auch gleich als erstes aktivieren können, aber so ist vielleicht schicker für Grün. Und jetzt kann man sich hier entweder neue Arbeiter kaufen, die halt einfach zwei Gold kosten würden. Dann hätten wir die zur Verfügung und könnten die halt einsetzen, was gerade wichtig ist, wenn mal nicht alle Felder aktiviert werden, dann würden wir uns trotzdem noch irgendwie weiter ausbreiten können. oder man kann sich einen neuen Berater kaufen. Da wir jetzt ja schon einen Berater hier drunter haben und einen Berater offen liegen haben, haben wir jetzt gerade alle zwei Berater. Das heißt, der nächste Berater würde so viel Gold kosten, wie wir danach Berater haben. Sprich, jetzt haben wir zwei, also kostet der nächste Berater drei. Wenn ich mir jetzt den Berater kaufen würde und drei hätte, würde der nächste schon vier kosten. Der nächste fünf, sechs und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt überlegen, jetzt habt ihr auch schon ein bisschen was vom Spiel gesehen und habt einen Eindruck davon, was die Sachen so bringen. Hier zum Beispiel immer, wenn du hier irgendwen aufwertest, also einen Aufseher für mehr Einkommen oder auch eben einfach für mehr Ressourcen, wenn das Feld aktiviert wird, zahlst du einen weniger. Das heißt, das würde, wenn ich alles bis zum Ende aufsparen würde, würde das hier halt drei, sechs, neun, zwölf Ressourcen sparen, wenn man noch gar keinen Schritt gegangen ist. Also gar nicht so schlecht. Hier kann man Reiter für drei Ski rekrutieren, anstatt die normalen Kosten zu bezahlen. Das heißt, man muss kein Gold und kein Holz dafür ausgeben. Das kann auch sehr sexy sein, weil die, also das Skifeld ist natürlich deutlich schneller zu aktivieren als das Goldfeld, aber da müssen die anderen auch mitmachen. Aber dann habe ich natürlich auch viel weniger Incentive zu Gold zu gehen, wobei mich halt auch diese Berater immer Gold kosten. Die Karte hier ist auch sehr nice, der Schmuggler. Während der Befehlsschritt der anderen Spieler, also wenn die anderen Karten abgehandelt werden, darf man einfach einen hier ausgeben, um noch einen weiteren Schreiber zu einem anderen, also zu einem beliebigen Ort zu bewegen. Also kann man immer drei einsetzen, wenn man eine Hieb-Produktion am Laufen hat. Auch nicht schlecht. Und hier, nach deinem Aktivierungsschritt darfst du ein Hieb zahlen, um zwei Arbeiter aus deinem Vorrat zu bewegen. Auch das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich sogar, okay, das kann man nur einmal machen, in seinem eigenen Aktivierungsschritt. Das heißt, wenn hier meine Karte abgehandelt wird, dann kann ich das machen. Das hier darf man halt immer machen. Außer im eigenen Schritt. Das geht nur bei den anderen Mitspielern. Das heißt, das ist auch bei mehr Spielern sogar noch besser. Rot dürfte halt anfangen, würde also jetzt hier auch drei Gold ausgeben und würde dann sagen, weißt du was, auf jeden Fall kaufe ich mir hier diesen vorbildlichen Beamten, der das Upgraden ein bisschen billiger macht und er nimmt den auch genau in der Funktion, hat jetzt also diese Spezialfähigkeit. Dann wird auch sofort hier aufgerückt und es kommt eine neue Karte dahin. Und zwar haben wir jetzt hier den Vorarbeiter. Du darfst auch Hie verwenden, um Mauerstufen zu bauen. Jedes Mal, wenn du eine Mauerstufe baust, erhältst du für je zwei Hie, die du aus deinem Vorrat bezahlst, einen Siegpunkt. Der ist auch super interessant natürlich. Muss man mal wissen, die beiden hier kommen am Ende der Runde weg. Das heißt, die hier, da hat man auch irgendwie eine Runde mehr Zeit drauf Zugriff zu haben und sich die zu holen. Die hier nicht. Wenn man die will, muss man schnell zuschlagen. Da ich ja gerade gesehen habe, dass der andere Spieler sich was geholt hat, wo man Hie für braucht, würde ich mir jetzt auch mal diesen Vorarbeiter hier holen, da auch drei Gold für zahlen. Aber dann ist immer noch die Entscheidung, Wie will ich diese Partie spielen? Möchte ich den hier drunter schieben, um das zu pimpen, um für jede Taktikkarte dann vier Punkte zu bekommen, die ich spiele? Oder sage ich, ja, zwei Punkte pro Taktikkarte ist auch schon ganz gut, aber hier Mauern mit Hie bauen, das ist so krass, weil normalerweise kann man die Hie-Ressourcen nicht dafür ausgeben. Ich behalte den so und das ist, also diese Entscheidung zu treffen ist echt hart. Um da die optimale Entscheidung zu treffen, wird man auch super viele Partien brauchen und ich glaube auch, es ist immer in jeder Partie wichtig, wie die Partie so läuft, was die anderen Spieler für Fähigkeiten haben, wo die auch ihre Produktion draufsetzen. Ich hatte mal einen, mit dem konnte ich Gold als Joker-Ressource für alles andere benutzen, was zur Folge hatte, dass die Leute mich auf dem Goldfeld verhungern lassen haben, weil ich da mal hin wollte und die nicht mitgeholfen haben, das voll zu machen. Was für die natürlich auch wieder hart war, weil auch die brauchen Gold. Also, ob man die Karte hier oder hier hinspielt, das ist immer eine super knifflige Entscheidung und wenn ich jetzt schon wüsste, ich könnte diese Karten ohne Ende spielen und könnte ganz viele von meinen Soldaten irgendwie schnell ins Feld bringen, dann würde ich das vielleicht sogar hier inbauen. Da das bis jetzt mit der Ressourcenproduktion bei mir noch nicht so lief und ich auch aktuell nur noch vier Ressourcen über habe, ist das vielleicht die bessere Wahl, vielleicht auch nicht. Das ist so der große Reiz bei diesem Spiel. So, dann kommen auch die Schreiber, wie sie heißen, oder Arbeiter, manchmal sage ich vielleicht auch die dazu, einfach wieder zurück. Es hat sich jetzt keiner einen weiteren Arbeiter geholt hier. In der letzten Partie hatte ich auch als Anfangsberater einen, wo ich immer nach meinem Aktivierungsschritt einfach einen von diesen Schreibern hier bekommen habe. Das heißt, ich hatte einfach nach Runde 3 automatisch diese Arbeiter, ohne dafür Gold ausgeben zu müssen. Ich konnte mir also hier diese Berater relativ zügig kaufen, wobei ich da auch schon Partien erlebt habe, wo also manchmal haben sich irgendwie Spieler hier alle geholt, manchmal aber auch irgendwie nur ein oder sogar gar keinen und waren punktemäßig trotzdem ganz gut. Was man genau macht mit diesen Leuten, hier hängt übrigens auch teilweise von diesen drei Karten ab, die hier oben liegen. Da liegen, ich glaube, immer drei von fünf Karten, die es im Grundspiel gibt. Mit der Erweiterung gibt es noch ein paar mehr und das sind einfach Karten, wo ich am Spielende Punkte für irgendwas bekomme. Und hier zum Beispiel die Dienerstatue hätte. Sieben Punkte für jeden deiner aktiven Berater über zwei. Ich habe ja jetzt hier schon zwei aktive Berater, das heißt, der dritte würde mir sieben Punkte geben und das würde natürlich auch wieder die Entscheidung ein bisschen verändern, ob ich jemanden hier drunter spiele oder da hinspiele, weil hier würde mir jetzt jeder weitere einfach sieben Punkte bringen. Hier einen drunter legen, da verliere ich halt seine Spezialfähigkeit und ich pimpe hier ein bisschen meine Punkte, aber hier die Spezialfähigkeit nutzen und dann noch sieben Punkte für jeden weiteren bekommen. Das kann einfach viel, viel, viel besser sein. Das muss man im Auge behalten, das muss man berücksichtigen und dann ändert das eben auch durchaus das Spiel ein bisschen. Genau wie hier, drei Punkte für jede Stufe deiner Aufseher. Das heißt, da möchte ich dann hier die Aufseher möglichst weit nach vorne gebracht haben. Momentan hätte hier Rot zum Beispiel sechs Punkte, Gelb auch und Grün auch. Wenn hier einer bis ganz hinten geht, würde der schon alleine jetzt neun Punkte bringen. Das auf allen vier Leisten. Das sind halt Tonnen von Punkten, die da auch mal ausgeschüttet werden. Und hier haben wir dann noch den Hujin-Bogen oder Hugi-Bogen. Sechs Punkte für jeden deiner Bogenschützen auf jeder höchsten gebauten Mauerstufe. Momentan wäre das ja die höchste gebaute Mauerstufe. Wenn ich da jetzt irgendwie hier einen Bogenschützen drauf hätte, dann würde ich dafür halt einfach sechs Punkte bekommen. Was natürlich dazu führen würde, wenn ich hier jetzt schon einen drauf habe, dass die anderen Mitspieler dann vielleicht eher hier bauen, damit der mir keine Punkte bringt. Selber versuchen, da ihre Bogenschützen raufzusetzen. Da kommt also nochmal so ein taktisches Metagame rein, das man berücksichtigen muss. Weil dafür gibt es einfach super viele Punkte. Aber man kann nicht nur hier drauf spielen, man muss immer hier diese Bedrohung im Blick haben, weil wenn die durchbrechen, wir Soldaten verlieren, wir dafür Schandemarker bekommen, das ist einfach nicht so gut. Und wenn wir die besiegen, wenn wir hier die Punkte kriegen, wenn wir die Karte bekommen, wenn wir dafür die Punkte am Ende bekommen, wenn wir da vielleicht Schandemarker drauflegen können, die uns dann keine Minuspunkte bringen, das ist einfach so gut, so wichtig, gerade weil wir eben auch hier diese Taktikkarten spielen können, die uns auch immer nochmal Vorteile geben. Wenn wir hier Schaden hinzufügen, wenn wir hier Leute verlieren, wenn wir den letzten Schaden hinzufügen, dann bekommen wir dafür auch nochmal zwei oder wenn man es pimpt, immer nochmal vier Punkte. Also es gibt einfach super viel zu berücksichtigen und eine Tonne von Entscheidungen, wo man selten weiß, was jetzt gerade die Beste ist. Man versucht halt so optimal wie möglich zu spielen, aber es gibt einfach immer viele Dinge, die man machen kann. So, dann hätten wir die beiden Karten abgehandelt. Jetzt würde meine Wirtschaftskarte kommen. Ich könnte jetzt auch einen for free steigern. Dann habe ich jetzt den oder den steigere. Kommt von der Summe der Ressourcen, die ich ausgebe, drei und drei, aufs gleiche raus. Aber ich steigere vielleicht lieber den hier, um halt ein höheres Goldeinkommen zu bekommen, um mir dann hier vielleicht mehr Berater oder auch mal hier noch eine Figur kaufen zu können. Und jetzt darf ich eben drei Arbeiter einsetzen, die anderen danach eben zwei. Auch da darf ich jetzt anfangen, obwohl ich ganz unten in der T-Reihenfolge bin. Danach würde dann grün dann kommen und danach rot. Jetzt sind hier natürlich alle Felder leer. Ich habe nur hier. Ich kann mit hier aber jetzt auch an der Mauer bauen. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall einen hier hinsetzen, um zu bauen. Ich bin hier jetzt ganz unten. Ich könnte mich hier ganz nach vorne bringen. Oder ich sage mal, liebe Leute, ihr wollt doch bestimmt auch wieder Gold haben und setzen mich hier hin. Wobei das jetzt auch wieder doof ist, weil ich natürlich weiß, dass die anderen beiden das nicht voll machen können, weil die hier nur einen Arbeiter dahin setzen können. Das heißt, ich könnte sagen, hier, das Hiefeld voll machen, wäre doch voll gut, weil du hast dir hier ja einen Berater geholt, wo du, nee, hast du den gar nicht. Das war der andere. Schade, schade. Ich spiele übrigens auch so, dass ich meine Spezialfähigkeiten berücksichtige, die der anderen nicht, weil das noch alles im Kopf zu behalten, dann würde ich hier tausend Fehler machen. Ich tue einfach so, als wären die blank, aber natürlich haben die auch Spezialfähigkeiten. Er hier, jedes Mal, wenn du rekrutierst, dann senkst du die Einkommen um zwei Ressourcen für jede seiner Schrifträume, die da drunter ist. Das heißt, wenn er hier mit fünf Arbeitern hingeht und hat hier meinetwegen vier Karten drunter, dann würde er die Kosten um acht reduzieren. Das heißt, er könnte fünf Einheiten produzieren und müsste acht Ressourcen weniger für zahlen. Super krass und den habe ich auch schon mal gespielt. Der hat echt Spaß gemacht zu spielen und als Sonderfähigkeiten hat er hier zum Beispiel, jedes Mal, wenn du deinen Arbeiter aufwertest, darfst du deinen Stein, also deinen Aufseher aufwertest, darfst du deinen Steinaufseher für zwei Holz weniger aufwerten und hier jedes Mal, wenn du einen Aufseher aufwertest, bezahlst du eine Ressource weniger. Das heißt, hier würde jetzt sogar drei weniger für zahlen für den Steinaufseher und mit der Karte da oben, die er für jeden Schritt hier drei Punkte bringt, ist das auch eine Kombination, wo er locker 36 Punkte rausholen kann, ohne große Probleme, wenn ich das jetzt immer berücksichtigen würde. Ihr seht schon, hier können super tolle Kombos sein, es kann aber auch sein, dass ihr hier gerade am Anfang auch Kombos habt, die noch irgendwie Mist sind und hier die tollen Karten werden euch weggekauft, weil ihr irgendwie jetzt zu spät Zugriff drauf habt. Man muss hier halt immer sehr situativ reagieren. So, dann wäre grün dran und grün würde sagen, ach, weißt du was, hier ist immer gut, wofür werden wir gleich sehen und dann würde er halt sagen, okay, vielleicht hier eine Taktikkarte, vielleicht hier schon mal irgendwie ein Gold machen, Gold ist ja nie verkehrt, dann wäre rot dran und rot würde sagen, okay, ich darf hier leider nicht mitmachen, komm, ich gehe auch mal hier hin und dann bräuchte er vielleicht auch mal Holz, um damit was zu machen und geht dann schon mal hier hin und dann wären wir durch, alle hätten was eingesetzt, ich durfte jetzt also wieder entscheiden, was aktiviert wird, die beiden Orte hier können nicht aktiviert werden, also sage ich hier, komm, der wird aktiviert, ist für mich aber super doof, natürlich, nee, komm, ich, ähm, na, hm, 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 ich brauche ja eigentlich, ich habe ja den hier gerade aufgewertet mit meiner Wirtschaftssonderfunktion, dass ich einen kostenlos aufwerten kann und das ist eigentlich auch voll super, aber da ich jetzt ja den Vorarbeiter habe, mit dem ich irgendwie hier brauche, sage ich, nee, 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 komm, ich werte nicht den hier auf, sondern ich setze den hier ein, ich habe nämlich auch gar kein Gold, das ich hier jetzt ausgeben könnte, weil jeder, der jetzt hier einen Arbeiter hat, na, ich würde jetzt auch dementsprechend Zweiter sein, erst würde er hier anfangen, wobei das in dem Fall eigentlich egal ist und er würde jetzt einfach ein Key bekommen, dass er seinen Vorrat bekommt und jetzt könnte er zwei Gold ausgeben, wenn er möchte, um hier auch noch einen Arbeiter einzusetzen, er ist smarter als ich, er setzt dafür nicht den Bogenschützen ein, weil wir haben ja gelernt, da oben gibt es Punktekarten, wo man für Bogenschützen Punkte bekommt und dann will man die vielleicht lieber dahin bauen. Na, jetzt bekommt er auch ein Key mehr, aber erst ab jetzt immer, wenn das hier aktiviert wird und ich durfte den ja schon vorher hier einsetzen, ich hoffe, das ist richtig vom Timing her so, also bekomme ich jetzt zwei Key für die beiden Arbeiter und einen für meinen Vorarbeiter. Ich würde fast vermuten, dass man den Vorteil jetzt noch nicht bekommt, sondern erst in der nächsten Runde und ihr habt es gemerkt, die Mauer stand hier nur aus Beispielzwecken, die steht hier natürlich aktuell noch gar nicht. Jetzt kann ich eben das Feld hier aktivieren und könnte eben noch mal an der Mauer bauen und ich habe jetzt zwei, vier, sechs, acht, neun Ressourcen leider nur. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil sonst könnte ich hier die nächste Stufe bauen, die kostet aber zehn Ressourcen. Also, ja, doof, doof, doof. Gebe ich jetzt einfach mal fünf davon aus und baue dann hier an der Mauer. Der Bogenschütze wandert dann einfach hier nach oben und schildert da und freut sich und dann bekomme ich auch noch mal fünf Punkte dafür. Bin jetzt also bei zehn, habe noch vier hier übrig. Schade. Das ist auch die falsche Mauer hier. Da muss natürlich eine große drunter. So, die hier. Bam. Es ist übrigens so, wenn man hier bei diesen Feldern Ressourcen bekommt, ihr seht hier diese Pfeile, die hier hin zeigen, dann darf man eine von diesen Ressourcen hier hin spenden. Dann würde man die einfach hier hinlegen. Das geht mit allem. Das geht mit Stein, Holz und Gold. Das geht nicht mit Hi. Da kommt kein Pfeil her. Und dann gibt es dafür zwei Punkte. Auch wenn ich hier mehr Ressourcen bekomme, maximal eine Ressource kann hier hin. Wenn dann jemand hier baut, dann kann er einfach diese Ressourcen hier benutzen und spart dann damit Ressourcen aus dem eigenen Vorrat. Was in unseren Partien bisher dazu geführt hat, dass immer nur dann gespendet wurde, wenn erst hier ein Ort aktiviert wurde, man da Ressourcen bekommen hat, eine Ressource hier gespendet hat und dann der gleiche Spieler, der die Ressource gespendet hat, hier dann als erster bauen durfte. Ansonsten hat das noch nie irgendwer benutzt. Vielleicht sollte man auch mal gucken, ob sich das lohnt, dass man hierüber auch genug Punkte macht. Aber es führt dazu, man selbst bekommt zwei Punkte. Wer anders kommt halt leichter an die Punkte fürs Mauern bauen. Und wenn die Mauern fertig sind, ist es ja auch ein Spielende-Trigger. Also wenn ihr da schon Erfahrungswerte mit habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie der hier hingekommen ist. Der steht da auf jeden Fall nicht. Da muss ja der Grüne hier nach oben. Das ist, wenn man viel zwischendurch erklärt. Dann sind die drei Karten jetzt abgehandelt worden. Wir würden auch normalerweise immer nach jedem Zwischenschritt, nach jedem Aktivierungsschritt prüfen, ob hier eine Horde besiegt ist. Falls ja, wird die sofort abgehandelt. Ist aber bis jetzt nicht der Fall. Das heißt, jetzt gehen wir in den Winter über. Jetzt würden als erstes die Bogenschützen feuern, von links nach rechts. Das heißt, der Grüne darf noch einmal schießen und könnte jetzt hier drauf, oder sagen einfach, er verwehrt hier irgendjemand anders die zwei Punkte. Das heißt, hier müssen jetzt noch drei Schadenspunkte drauf. Wir haben es nicht geschafft. Da würde jetzt einfach der Grüne Bogenschütze schießen, könnte hier drauf schießen. Jetzt braucht der nur noch drei Schadenspunkte, um besiegt zu werden. Momentan hat Rot da die Mehrheit drauf, weil die Schadenspunkte Markte hier drauf liegen, die zählen für nichts. Da keine Horde besiegt wurde, gucken wir jetzt. Hier haben wir einen Angriffswert von 8 gegen 8. Da passiert also nichts. Also bleibt hier alles so, wie es ist. Hier haben wir einen Angriffswert von 2 gegen, der Wert wird hier erbiert, also 7. Passiert auch nichts. Und hier haben wir einen Wert von insgesamt 7 gegen 8. Auch hier passiert nichts. Die Mauern, unsere Verteidigung hält noch stand. Mal gucken, wie lange noch, weil wenn die Horden halt nicht wieder nach Hause kommen, kommen später andere Horden und gucken, was die da machen und dann müssen wir gegen viel mehr Gegner ankämpfen und müssen halt dafür sorgen, dass wir die platt kriegen oder dass wir unsere Verteidigungsstärke erhöhen. Das ärgerliche ist nur, dass jetzt alle Barrikaden wegkommen, die kommen nicht aus dem Spiel, die können wir wieder neu bauen, aber die sind halt immer nur für eine Runde da, bringen aber auch zwei Punkte für gerade mal zwei Ressourcen. Da hier auch alles standgehalten hat, ist jetzt auch der Soldat hier noch weiter mit dieser Horde im Gefecht und bleibt da einfach drauf stehen. Es hätte jetzt ja auch sein können, dass zum Beispiel hier diese Horde durchbricht, weil wir hier nicht genug Verteidigung haben. Ich habe es vielleicht versucht, ich habe hier irgendwie einen Lanzenträger draufgestellt, aber es hat nichts gebracht. Da würde man jetzt gucken, wer hat hier keinen Soldaten drauf, das wären jetzt in dem Fall der Grüne und der Rote Spieler, die würden dann jeweils einen Schandemarker bekommen, der ihnen fünf Minuspunkte am Spielende bringt, kann man aber für zwei Chi in bestimmten Phasen wieder ablegen. Das Problem ist eben nur, wenn man so einen Schandemarker bekommt, dann muss man da sofort eine beliebige Einheit draufstellen, keinen von seinen normalen Arbeitern und die hat man dann erstmal nicht zur Verfügung und solange man nur so ein bisschen Schande bekommt, ist das gar nicht schlimm. Es kann aber Partien geben, wo das am Anfang so aus dem Ruder läuft und man der Horde nicht Herr wird, dass man davon sehr schnell sehr viele Schandemarker hat und dann verliert man halt auch viele von seinen Soldaten. Das ist dann so eine Abwärtsspirale, die einfach darin enden kann, dass diese Schandemarker hier leer sind, vielleicht in Runde drei, vier, fünf oder so. Man also gar nicht zu Ende spielt, aber auch wenn das so ist, bekommen wir natürlich alle viele Minuspunkte, aber wir würden dann einfach nach der Runde, wo dieser Vorrat hier aufgebraucht ist, das Spiel beenden, würden die Punkte ausrechnen und selbst wenn wir dann alle richtig wenig Punkte haben, gewinnt einfach derjenige, der am meisten Punkte übrig hat und wenn wir alle auf 0 runterfallen sollten, gewinnt glaube ich dann auch sogar der, der einfach in der T-Leiste vorne ist. Dann würde man jetzt gucken, wie der Brutalitätslevel der Horde ist. Der ist jetzt auf 1, 1, 2, 2, 3, 3, wird also immer größer, jetzt würde er einfach eine Einheit hier drauf sterben, das heißt, den verliere ich jetzt, dafür kommt aber ein Schadensmarker hier drauf, das heißt, der Schaden, den er angerichtet hat in der Horde, der bleibt auf jeden Fall bestehen und wenn jetzt mehrere Spieler dort eine Figur drauf hätten, würde einfach von jedem Spieler eine Figur sterben, hätte ich 3 Figuren meiner Farbe da drauf, dann würde ich auch nur eine Figur verlieren. Wie ja schon gesagt, sollten wir so eine Horde besiegen, dann ist eben wichtig, wer die meisten Figuren draufstehen hat, deswegen ist es auch gar nicht so gut, wenn die durchbrechen, weil dann zeigen sie halt, wie brutal sie sind. Wäre hier jetzt ein Bogenschütze, dann würde der getötet werden und würde wieder zurück in den Vorrat kommen und ich könnte jetzt noch 2 hier ausgeben, um diesen Soldaten zu retten, dann kommt er einfach hier hinter diese Mauer, da macht er erstmal nichts, auch wenn die Horden durchbrechen, die Leute, die hier stehen, werden ignoriert, das macht jetzt tropografisch nicht so viel Sinn, aber es ist einfach so, später kann ich mit einer bestimmten Befehlskarte diese Leute hier auch wieder angreifen lassen, das muss ich dann aber auch dementsprechend gut vorbereiten, hier hinten sind die oftmals relativ sinnlos, wobei es auch dafür Berater gibt, mit denen man nochmal mit denen irgendwie angreifen kann, also das kann schon Sinn machen, damit hinterher nochmal zu so einem großen Schlag auszuholen und dann richtig viel Schaden zu machen. Hätten wir aber diese Horde hier besiegen, ich hätte hier dieses Feld noch abgedeckt, hätte ich jetzt natürlich die Belohnung bekommen, wir würden dann immer nach dem Schritt prüfen, ob die Horde besiegt ist, das ist der Fall, man würde gucken, wer hat am meisten dazu beigetragen, also am meisten Soldaten, die hier noch draufstehen, wer hat am meisten Felder abgedeckt, ich habe 1, 2, 3 Felder abgedeckt, Rot nur 1, Grün hat zwar einen Bogenschützen, aber das zählt dafür nicht, also wäre ich jetzt der mit dem großen Beitrag, das heißt, ich würde diese Karte bekommen und würde dafür auch die 5 Punkte am Ende bekommen, dann würde man auch gucken, jeder der mindestens einen Soldaten hier drauf hat, bekommt 2 Ehre, also 2 Punkte für mich und 2 Punkte für Rot, kein Punkt dementsprechend für Grün, aber es würde dann für jeden Bogenschützen, der hier oben steht, auch nochmal 2 Ehre geben, das heißt doch 2 Ehre für Grün und wenn Grün hier sogar 3 Bogenschützen hätte, dann würde er jetzt einfach 6 Ehre dafür bekommen, nur weil er da ist, sobald die Soldaten, also die Bogenschützen verliert man auch relativ leicht wieder und dann würden wir die Karte hier halt abräumen und derjenige, der einfach am meisten hier hinzugefügt hat, der bekommt jetzt diese Karte, das heißt ich würde diese Karte bekommen und hier hinten könnte ich halt Schandemarker drauflegen, hier sind 2 Felder drauf, wo die Schandemarker draufkommen, das heißt dieser Schandemarker bringt mir ja 5 Minuspunkte, das heißt ich würde dann halt minus 10 Punkte einfach nicht bekommen, hier bringt mir die Karte an sich 5 Punkte, das heißt effektiv, wenn ich das hier drauflege, mache ich damit 5 Punkte gut, da würden jetzt noch weitere Hordenkarten liegen, würden die einfach nach vorne rücken, auch hier würde jetzt wieder die Brutalität greifen, das heißt man würde sich den Brutalitätswert angucken und ich würde jetzt halt von meinen 2 Soldaten einen verlieren, den ich aber auch mit 2 Chi zum Beispiel retten könnte und dort hinstellen könnte. So, jetzt habe ich da einmal alle Möglichkeiten gezeigt, das heißt jetzt würden wir das nächste Jahr vorrücken, auf den Winter folgt der Frühling, wir gucken hier oben, wie viele Hordenkarten denken wir auf, eine, später ein 2, 2, 3 und ganz zum Schluss sind es sogar 4, also wenn wir hier vom Hordenstapel eine Karte ziehen, gucken hier, das heißt sie kommen ganz nach rechts und es sind Spione und die würden wir jetzt theoretisch hier hin liegen, es ist aber so, immer wenn in der vordersten Reihe irgendwo eine Lücke ist, dann rücken die dort hin, das kann in Runde 1 und 2 durchaus mal passieren, in Runde 3, 4, 5 dann später wird das wahrscheinlich seltener der Fall sein, aber wenn man gut ist, schafft man es immer alle wegzuräumen und irgendwo Lücken zu machen, dann kann man auch immer steuern, wo die hinkommen, wo man vielleicht auch dann dementsprechend die Verteidigung aufgebaut hat, da läuft jede Partie in der Regel immer anders. Dann würden wir hier die Unterstützer auffrischen, das heißt die beiden hier würden wegkommen, die hier würden aufgerückt werden und wir würden einfach zwei neue dahinlegen, die man dann auch einmal kurz vorliest, die sich auch jeder noch mal anguckt und schon haben wir wieder vier wunderschöne Berater zur Auswahl, dann würden wir jetzt das Aufsehereinkommen bekommen, das heißt grün würde hier zwei Steine bekommen, wir zwei würden hier einen Stein bekommen, hier würden rot und gelb jeweils ein Gold bekommen und hier schließlich würden grün und gelb ein Hi bekommen. Hier wäre es jetzt auch so, wenn wir jetzt irgendwie dieses Feld hier noch mal voll machen würden, dann habe ich auch glaube ich schon erklärt, würden jetzt einfach, würde grüne Spieler einfach nur ein Gold bekommen, der rote Spieler würde ein Gold plus noch ein Gold bekommen und ich würde drei Gold plus ein Gold, also vier Gold bekommen, wäre mein Aufseher jetzt schon hier und das wäre so, wenn es abgehandelt werden würde, dann würde ich drei und drei, also fette sechs Gold bekommen. Dann ist jetzt die Phase, wo man Schande wegwerfen kann. Der Spieler hier hat ja schon Schande bekommen, für zwei Chi, die er zurück in den Vorrat tut, kann er jetzt diesen Schande-Marker hier loswerden und zwar so viele, also wenn er pro zwei Chi ein Schande-Marker, hat er zehn Stück und hat 20 Chi, kann er die jetzt alle ausgeben und sich damit alle seine Arbeiter zurückholen und diese ganzen fetten Minuspunkte dann auch loswerden. Das geht aber nur jetzt in dieser Phase. Dann würden wir jetzt diese Befehle abwerfen, die kommen einfach auf den Stapel oder man nimmt die wieder auf die Hand zurück. Das kann man machen. Wenn man die zurücknimmt, muss man alle zurücknehmen. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, mache ich immer, ist ja cool, eine Auswahl zu haben. Das Problem ist halt, jeder Befehl gibt einem eben auch zwei Punkte jede Runde. Das heißt, jetzt würde ich einfach zwei Punkte bekommen. Wenn ich dann nächste Runde, naja, jetzt meinetwegen hier die Arbeiter-Therter-Karte gespielt hätte und würde die da auch noch liegen lassen, würde ich jetzt schon vier Punkte bekommen, hätte also insgesamt sechs Punkte bekommen. Wenn ich dann mal den Despotismus gespielt hätte, dann würde ich halt jetzt schon sechs Punkte bekommen, hätte also insgesamt zwölf Punkte bekommen. Das kann sich schon ganz schön aufsummieren, wenn man es also schafft, das Spiel so zu spielen, dass man wirklich vielleicht jede Karte einmal spielt. Ich glaube, man hat sogar noch eine Karte übrig am Ende. Dann holt man da halt das Maximum an Punkten raus. Das muss man aber auch gut planen und natürlich sollte man nicht in der vorletzten Runde nochmal alle Karten wieder zurücknehmen. Das kann Sinn machen, da muss man schon hart rechnen, aber das ist meistens so, ja, man macht da irgendwie vielleicht irgendwie zwölf Punkte mit, verliert zehn Punkte, ob es das dann wert ist. Also ja, wenn das wirklich so ausgeht, schon, aber in dem Spiel hier muss nicht immer alles so klappen, wie man sich das vorstellt. Und dann ist auch jetzt quasi schon ein Jahr rum. Wir sind wieder im Herbst, das heißt, wir würden jetzt wieder von diesen Karten hier aussuchen, würden natürlich auch sehen, was die anderen Leute schon gespielt haben. Das ist immer eine offene Information, können also damit schon mal Schluss folgern, was die jetzt clevererweise machen wollen, wobei die natürlich auch wissen, dass wir das wissen und dann selbst nochmal irgendwie da drum herum planen können. Dann würden wir wieder diese Karten aufspielen, wir würden dann gucken, T-Reinfolge, da darf man sich entscheiden, an welcher Position man ist. Dann würde man diese Karten abhandeln, die Effekte, die da draufstehen. Beim Despotismus zum Beispiel darf man auch noch immer einen Ort aktivieren, der nicht voll ist. Das habe ich vorhin auch vergessen zu erklären. Das heißt, wenn der Spieler jetzt irgendwie hier vielleicht irgendwie den und den und den Ort abgehandelt hätte und das so aussehen würde, dann würde ja jetzt dieser Ort normalerweise nicht abgehandelt werden und der Ort hier auch nicht. Das heißt, er könnte dann einfach sagen, weißt du was, mit dieser Sonderaktivierung, die da draufsteht, sie nennt sich erweiterte Aktivierung, dann kann er einfach sagen, okay, ich aktiviere diesen Ort. Das heißt einfach, er bekommt dann hier einen Stein für den Arbeiter und einen Stein für den. Die beiden bekommen nichts, weil sie hier keine Arbeiter stehen haben. Auch das kann natürlich ein Grund sein, lieber mitzustehen, gerade wenn jemand Despotismus gespielt hat und der vielleicht auch ganz zum Schluss erst dran ist oder in der Mitte. Dann würden wir unsere Schreiber wieder einsetzen, würden bei diesen Orten vielleicht Ressourcen bekommen, würden dann mit jeweils anderen Ressourcen hier diese Aufseher steigern, damit wir dafür eben Ressourcen, die entsprechenden dann ins Einkommen bekommen, plus, dass wir ja noch für die Schritte hier am Ende Punkte bekommen, weil die Karten ausliegen. Wir können da gucken, ob wir hier irgendwie an der Mauer bauen wollen. Je schneller die hoch ist, umso schnell ist das Spiel auch zu Ende. Man kann auch versuchen, gerade mit mehr Spielern, wenn man mit vier oder fünf Leuten spielt, dass zwei Leute sagen, hey, wir haben hier vielleicht schon coole Karten am Anfang, lass mal versuchen, so eine Wirtschafts-Engine zu bauen, damit die, die vielleicht irgendwie Karten haben, die toll sind für Kriegsführung, dass die einfach gar nicht zum Tragen kommen, weil wir so schnell die Mauer hochgebaut haben, dass das Spiel zu Ende ist, bevor die die richtig fetten Punkte machen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Alleine würde ich da ja nicht drauf gehen, nur bei zwei Leuten. Na, man kann sich hier bei dem Spiel auch immer nie auf irgendwas verlassen. Na, aber dementsprechend kann man das hier machen. Man kann hier als Soldaten bauen, um dann hier eben natürlich die Punkte abzugreifen für die Schadensmarker, die man hier draufliegt und dass man eben einfach die Karte an sich bekommt. Wenn ich es irgendwie schaffe, vier, fünf von diesen Karten zu besiegen und die immer so fünf bis acht Punkte bringen, dann sind das auch nochmal richtig fett Punkte am Ende. Und wir haben uns ja diese Taktik-Karten noch gar nicht angeguckt. Je nachdem, was man so am Spielbeginn an Karten bekommen hat, muss ich lieber dieses Feld hier holen. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel Rückzug. Das heißt, wenn irgendwo einer meiner Leute sterben würde, müsste ich ja normalerweise zwei hier ausgeben. Hiermit kann ich halt einfach einen davon retten. Und wenn ich noch einen hier ausgebe, dann kann ich die erweiterte Aktion davon nutzen und dann darf ich sogar alle Soldaten in einem Mauerabschnitt retten. Das wäre natürlich echt gut, gerade wenn nachher der Brutalitätswert so hoch ist oder hier plündert die Toten. Sobald man den letzten Schadensmarker einer Karte zufügt, erhält man dafür zwei beliebige Ressourcen und wenn ich halt zwei hier ausgebe, dann bekomme ich sogar fünf beliebige Ressourcen. Dafür muss ich aber den letzten Schadensmarker auf so eine Karte machen. Das muss ich halt auch schon echt gut timen, gut abpassen und dann diese Karte spielen. Von denen darf ich maximal fünf Stück haben. Dafür ist hier halt auch immer auf jeden Fall ganz gut und da gibt es halt auch durchaus einige verschiedene, wo man vielleicht auch, wenn man hier irgendwie eine Figur draufsetzt und man dafür Ressourcen bekommt, man die Ressourcen dann verdoppeln kann für bis zu zwei Arbeiter oder, oder, oder. Wäre jetzt natürlich für mich super interessant, weil ich natürlich einen habe, wo ich für jedes Mal, wo ich so eine Karte ausspiele, nochmal zwei Punkte extra bekomme und hier beim heldenhaften Kampf, da würde ich einfach, wenn ein Gegner besiegt wird, eine Horde und ich habe da mindestens einen Speerträger drauf und mindestens einen Bogen schützen, also es sind schon super viele Voraussetzungen, dann würde ich aber auch vier Punkte dafür bekommen und hier muss ich dann halt, wenn ich zwei Chi ausgebe und ich habe dort einen Speerträger und ein Pferd drauf, dann würde ich sogar acht Punkte dafür bekommen. Acht Punkte ist schon eine Menge bei dem Spiel, gerade für eine einzige Karte. Von daher, die Taktikkarten kann man eh immer schon auch mal gut nutzen, um da noch Punkte abzugreifen, man holt hier überall immer da mal Punkte, da mal Punkte, hat man natürlich dafür noch irgendwie einen General oder einen Berater, dann will man das noch mehr timen. Wie gesagt, letzte Partie, hatte ich hier irgendwie fünf Karten drunter liegen, für jede Karte, die ich gespielt habe, habe ich dann zehn Punkte bekommen, ich habe aber auch selten Soldaten spielen können, weil mir da natürlich die Ressourcen für gefehlt haben. So in der Angenommen, wir würden es jetzt nicht schaffen, die hier Platz machen, wobei die sind noch relativ einfach Platz machen, dann würden jetzt nächste Runde schon zwei dazukommen, das heißt, einer würde hier in die Mitte kommen, weil hier das mittlere Feld angegeben ist, und der würde noch hier hinkommen. Und jetzt würde schon am Ende der Runde, hätten wir hier einen Wert von 15 gegen nur 8, hier hätten wir einen Wert von 13 gegen 8, und hier 10 jetzt keine Palisaden, weil die die abfackeln, hier hätten wir weiter 8 gegen 8, das wäre kein Problem. Und wenn wir das jetzt wieder nicht schaffen würden, würde die Situation noch schlimmer werden, weil es würden noch mal zwei dazukommen, das heißt, es würde einer noch mal hier hinkommen, und der würde auch noch mal hier hinkommen. Und wenn er so aussieht und ihr irgendwie hier noch nicht viel gemacht habt, ihr keine wirkliche Wirtschafts-Engine am Laufen hat, dann wird das Spiel wahrscheinlich darüber enden, dass diese Schandmarker hier leer gehen, weil jetzt wäre es auch noch so, wenn jetzt noch mal hier eine Karte aufgedeckt wird und die hier hinkommt, dann würden auch einfach pro Spieler, also in dem Fall drei, Schandmarker aus dem Spiel kommen. Und wenn das irgendwie dann noch eine Reihe der Fall wäre, dann würden auch wieder drei Schandmarker aus dem Spiel kommen, was natürlich dafür sorgt, dass das Spiel dann auch schneller zu Ende ist, was aber auch dann Sinn macht. Auf jeden Fall, weil wenn das so aussieht, dann habt ihr in der Hinsicht wenig gemacht, dann lief das bei euch nicht so gut, dann ist es auch ganz gut, dass sich das eben nicht noch irgendwie mehr Runden lang hinzieht, sondern ihr dann einfach das Ganze beendet und guckt, ob ihr irgendwo anders Punkte gemacht habt. Es kann Partien geben, wo das so passiert, aber das ist bei uns eher selten vorgekommen, aber es ist auch schon vorgekommen. Meistens wurde hier aber ziemlich gut aufgeräumt und ich, der versucht hat, mehr ein bisschen zu bauen, über seinen Generalpunkte zu machen, habe dann auch mit den ersten Partien nur zugucken und dachte, okay, wow, da kann man richtig viele Punkte rausholen, das würde ich auch mal machen. Dann muss man natürlich aber auch so einen entsprechenden Berater haben oder irgendwie anders clever spielen, dass man das hinbekommt. Man muss immer gucken, wo man hier gut Punkte machen kann, das ist halt nie das Gleiche, es hängt immer von vielen Faktoren ab. So, und jetzt habt ihr einmal das Wesentliche gesehen. Ich habe nicht jedes Detail explizit erklärt, aber den generellen Spielablauf, so wie er meistens stattfindet, habt ihr jetzt gesehen, wisst, wie das hier funktioniert, dass man da eben auch ziemlich, wenn irgendwer hier jetzt irgendwie seine Arbeiter reinstellt und hat dann vielleicht auch nicht mehr so viel im Vorrat und da stellt einfach niemand anders irgendwen dazu, dann kann man den auch ganz schön hängen lassen. Und das ist auch der Aspekt, wo sich das Spiel ein bisschen wie ein Area Control Spiel manchmal anfühlt, weil man hier eben Dinge nicht immer 100% selbst unter Kontrolle hat. Man ist da auf die Mitspielenden angewiesen, meistens klappt das schon, weil das für alle Sinn macht, aber womit man immer rechnen muss in diesem Spiel das Einzelgeworfen und sich wirklich verlassen kann, ist, dass die anderen nicht das machen, was man will und es kann halt sein, dass man denkt, okay, das machen die, das macht voll Sinn, die haben auch gesagt, sie machen das, die stellen sich hiermit hin zum Gold und dann machen sie es doch nicht. Dann kann man denen natürlich böse sein, das gehört aber zum Spiel dazu, das muss man einfach wissen und das muss man halt im schlimmsten Fall auch immer einplanen, dass man hier wirklich so ein Ding alleine machen muss, aber das ist eben der Semikorps-Aspekt, wir spielen nicht wirklich zusammen, jeder will für sich immer das Beste rausholen, ich mache dann mit, wenn es mir was bringt, es bringt mir halt oft irgendwas auf irgendwelchen anderen Ebenen, die immer sehr vielschichtig sind, aber wie gesagt, Koop ist hier nur gezwungenermaßen zum beidseitigen Vorteil, man spielt jetzt nicht wirklich aktiv zusammen, wobei es eben manchmal auch Sinn machen kann, hier diese Hordenkarten zu besiegen gemeinsam, damit das eben nicht passiert, aber wenn der Eurogamer natürlich sagt, nee, nee, statt hier meine Ressourcen reinzustecken, will ich lieber erstmal hier mein dauerhaftes Einkommen erhöhen, weil das ist ja voll sinnvoll, hinten raus bekomme ich dafür ja ganz viele Ressourcen, kann hier noch ganz viel machen, nur wenn man dann irgendwie zwei, drei Partien hat, wo man feststellt, okay, ich bin hier zwar überall ganz vorne, aber ja, die sind eben immer durchgebrochen, wir hatten hier immer doofe Partien, dann muss man vielleicht auch da nochmal umdenken und sagen, okay, vielleicht machen wir das nicht, vielleicht schließen wir uns doch zusammen gegen die Hordenkarten und hier kann es halt auch sein, dass hier am Anfang gleich Hammerkarten liegen, die man nie besiegen kann oder Karten, wo man nur relativ wenig Schaden drauf machen muss, die man dann relativ leicht besiegen kann. Also ein durchaus interessantes Spiel, ein Spiel, das auch Ecken und Kanten haben kann, wo man auch mal sitzen kann, sich denken, okay, ich habe jetzt irgendwie auch gerade nur doofe Optionen, aber es ist auf jeden Fall ein super vielschichtiges Spiel, die Aktion an sich und was man da macht und wie man hier so die Arbeiter einsetzt und hier Sachen baut und so, das ist ein Kennerlevel auf jeden Fall, das ist jetzt nicht kompliziert oder so, aber wie das hier alles damit interagiert, mit dem Mauerbau, mit den Spezialfähigkeiten, mit den Beraterfähigkeiten, mit den Befehlskarten, die man ausspielen kann, weil man hier welche Soldaten wohin bewegt, weil man die dann irgendwie aktivieren kann, wie man das vorbereitet, wie man seinen General optimal ausnutzt, wenn man sich irgendwelche Karten holt, wie man das mit der T-Reihenfolge gut managt, an welcher Position ich in der Runde dran sein möchte, wann ich mir wie viele Arbeiter hole, wann es hier Sinn macht, vorzugehen, mir diese Gratis-Ressourcen zu holen oder zu sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich brauche auch diese Soldaten vielleicht, um die hier irgendwo einsetzen zu können, aber ich will nicht alle Bogenschützen, nicht alle Pferde hinsetzen, mir gehen auch die Lanzenträger aus, und was baue ich hier, baue ich überhaupt mal Palisaden, um die einfachen Punkte zu bekommen, spende ich hier Ressourcen, verzichte ich hier irgendwie aufs Bauen von Soldaten und Einheiten und mache die Mauer hier hoch, oder sage ich, nee, die anderen machen die Mauer, ich versuche hier, weil ich auch so einen coolen General habe, der mir vielleicht irgendwas extra gibt, wenn ich hier den letzten Schadensmarker drauflege und ich habe noch Karten dafür und dann möchte ich auch gerne mehr Karten haben und um das auch nutzen zu können, brauche ich wieder hier und ich brauche auch bestimmte Ressourcen, um meine Beraterfähigkeiten gut einsetzen zu können. Das ist halt auf jeden Fall über Kenner-Level, das ist für mich eindeutig Experten-Level und da brauchen wir auch die richtige Runde für. Optimale Spielerzahl laut BoardGameGeek ist zu dritt, ich glaube 3 und 4 ist eine echt sehr gute Spielerzahl, es gibt einen angepassten Zweispieler-Modus, es gibt einen Solo-Modus, es gibt einen kooperativen Modus, der meiner Meinung nach unschaffbar schwer ist und dem Schwierigkeitsgrad wir momentan empfohlen ist. Ich hoffe, dass auch da noch angepasst wird und man sagt, okay, ihr könnt das irgendwie leichter machen. Also es gibt schon Hausregeln dafür, wie man das machen kann, aber noch keine offiziellen Regeln, habe ich zumindest noch nicht irgendwo gesehen. Aber das ist auf jeden Fall eine echte Challenge und der Vorteil im Kooper-Modus ist, ihr könnt euch darauf verlassen, dass die anderen Mitspieler das machen, was sie hier machen sollen. Das fand ich persönlich super angenehm, nur der Schwierigkeitsgrad war viel, 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 viel zu hoch. Wie gesagt, alles in allem ist es ein Spiel, wo ihr nach fünf Partien wahrscheinlich erst so grob wisst, was ihr überhaupt macht und wie ihr dagegen vorgehen könnt und ihr werdet auch nach 10, 15 Partien hier noch einiges Neues entdecken können, gerade auch, wie man so die Mitspieler einschätzen muss und wie man irgendwie vielleicht gegen die vorgehen muss oder sich auch manchmal mit denen verbünden muss. Also sehr, sehr, sehr vielschichtig. Karl, Flo und ich werden euch da noch ein Video zu machen, wo wir nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich finde das Spiel schon interessant auf jeden Fall. Es hat, wie gesagt, Ecken und Kanten. Karl und Flo mögen das Spiel auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Daher wird das, glaube ich, auch sehr interessant, da nochmal drei unterschiedliche Meinungen zuzuhören. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Schreibt gerne einen Kommentar darunter, wie ihr diese Regelerklärung fandet, ob ihr sagt, hat mir geholfen oder eher nicht. Was kann ich besser machen? Kritik hilft auf jeden Fall immer sehr. Gerne auch konstruktiv, damit ihr immer am ehesten aufgenommen. Und dann, wenn ihr euch das Spiel auch holt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Wenn ihr das Spiel schon zu Hause habt und schon ein paar Partien gespielt habt, gerne auch ein Feedback, wie ihr es bisher findet. Und dann sage ich bis bald und tschüss. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020